Seit dem Unfall arbeite ich noch härter. Ich habe praktisch jede Schraube selbst festgezogen. Und für diesen Gauntlet haben wir die Autos noch sorgfältiger vorbereitet als bisher. Das ist ja schön und gut, aber Sie nehmen mit nur einem Auto am Gauntlet teil. Vielleicht ändert sich da noch was. Entschuldigt bitte. Ich wurde am Telefon aufgehalten. Euch fehlt eure beste Fahrerin? Sie wollte dich überraschen. Wie schwierig war es, sich von so einer Verletzung zu erholen? Ich höre diese Frage oft. Ich beantworte sie ein letztes Mal. Natürlich ist es hart. Ich wache auf und es ist nicht da. Es... Was ich sagen will, das ist noch lange nicht vorbei. Ich muss viele Schwierigkeiten überwinden. Yumei, bist du wirklich schon bereit? Sieh es ein. Du könntest mich niemals davon abhalten. Dann los jetzt! Das ganze Team steht hinter mir. Und ich habe mich selbst für das Comeback entschieden. Dann holen wir uns die Meisterschaft, Baby. Wir haben die Autos modifiziert und ich musste mich umstellen. Aber das... gehört halt dazu. Ich bin immer noch Yume Tanaka. Senecas erste Fahrerin. Seneca, Ravenwest, Waltz. Yume Tanaka mit ihrem überraschenden Comeback. Senecas 22, die bereit ist, dieses Jahr in die Geschichtsbücher einzugehen. Was uns hier bevorsteht, wird mit Sicherheit das dramatischste Saisonende, das wir jemals hatten. Okay, 22, wie besprochen. Yume will sich wieder eingewöhnen und die Änderungen an ihrem Auto besser kennenlernen. Liefere ihr ein gutes Rennen und halt dich nicht zurück. Sie ist immer noch schnell. Es fühlt sich alles noch ein bisschen komisch an, aber ich gewinne mich schon dran. Danke, A-G. Gute Arbeit. A-G und A-G können wahre Wunder vollbringen. Wenn wir zusammenhalten, werden wir gewinnen. A-G. G. 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 Ja, das gewisse Etwas ist noch da. Als wärst du nie weg gewesen. Nach vier Monaten das erste Mal wieder am Steuer und sie hat es immer noch drauf. Aber von dem Kreis ist noch immer noch etwas vor. A-G. G. 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 E. G. G. Fünschenberg. Die Bramsen reagieren gut. Echt schön, wieder am Steuer zu sitzen. Die Bramse sind in Richtung 1,4 oberen Straten. Ich kann mir helfen, wenn die die Pedale entfernen. Ich brauch sie nicht und sie sind mir im Weg. Ich sehe hier ein Team in Topforf. Eines, das es mit Raven West aufnehmen kann. Schumann 22, ihr wirkt stärker als je zuvor. Macht Raven West die Hölle heiß. Okay, Jumel. Du wirkst besser als je zuvor. Du hast recht, du bist bereit. Ich kriege hier vom Zuschauen eine Gänsehaut. Okay, 22. Wie besprochen. Jumel will sich wieder eingewöhnen und die Änderungen an ihrem Auto besser kennenlernen. Liefere ihr ein gutes Rennen und halte dich nicht zurück. Sie ist immer noch schnell. Okay. 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 Es fühlt sich alles noch ein bisschen komisch an, aber ich gewöhne mich schon dran. Danke, Ersicht. Gute Arbeit. Herr Gis und das Team können wahre Wunder vollbringen. Wenn wir zusammenhalten, werden wir gewinnen. Okay. 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 Wie geht's mit Wunder? Okay. 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 Okay.